Eine große Herausforderung ist es, dass man immer das richtige Produkt hat, das was gerade dem Puls der Zeit entspricht. Ich kann mich erinnern, unseren Betrieb gibt es ja schon seit über 30 Jahren. Früher haben wir mit Produkten gearbeitet. Komplett im Vollkörperanzug, Gummistiefel, Atemschutz, Schildkappe. Es haben zum Teil nochmal die Augen ausgeschaut, weil es einfach Materialien waren, die dementsprechend Sprühnebel produziert haben, die was abgerundet und abgetropft sind. Ich kann euch sagen, es gibt die Lösung dafür. Innertec hat da was am Start. Wir haben schon das Material verarbeitet, mehrmals verarbeitet. Wir haben das schon getestet und da könnt euch wirklich Freude auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.